So, willkommen zur nächsten Folge Rainbow War Was brauche ich jetzt? Ah genau, ähm Hier Dings wollte ich machen ein Schader und dafür brauche ich Zuckerrohr und auf jeden Fall noch Essen Ich brauche Essen und Zuckerrohr Ich habe eh genug Level und dann wenn ich das habe gehen, ne ich brauche noch jetzt ist nacht dann kann ich mir wenigstens noch zwei Goldöpfel machen dann 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 Wo ist Lava aber brauche ich nicht. Ich habe das Lava aber nicht. wie kurz bin ich dann leicht in die richtung muss ich zum spaun jetzt ist er irgendwo da ist noch einer tatsächlich der spaun da ist ein Apfel es lebt ich wollte kurz Ich weiß noch nicht mehr. 10 Minuten noch. Gut, dass ich... Top. Ich hab... Ja. Ich bin so dumm, ich hab gar kein Kies. Ei, ei, ei. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Jetzt hab ich noch einen String weggeworfen vorne. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Das ist schön! Das ist schön! Das ist schön! Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt brauche ich noch Zucker. Ich kenne mal die ganzen Kühe. Und noch Schweine. Ach, das ist ja immer noch Spawn Protection. Diese scheiß Kisten. Oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich muss jetzt mal irgendwo noch Zucker erfunden. Ich glaube, da bin ich vorne rumgerannt. Und das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zur nächsten Folge. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht.